Hello Low Carb Fitties! Heute gibt es einen mega leckeren Low Carb Hühnchen Avocado Salat mit Granatapfelkernen und Cashews, den du auch vegan zubereiten kannst. Zuerst gibst du gemischten Salat und gerne auch frischen Koriander auf einen Teller. Darauf hobelst du Möhrchen, gibst einen Esslöffel Granatapfelkerne und eine gewürfelte Avocado darüber. Geröstete Cashewkerne sorgen für leckeren Crunch. Dann verteilst du kross gebratenes veganes Hühnchen oder Hähnchenbrust auf den Salat. Zum Schluss toppst du alles mit köstlichem Erdnussdressing. Das Rezept findest du bereits auf Low Carb Fitt. Einen guten!